1.19 zu einem Video, das ein bisschen einen spaßigeren Titel hat. Mehr dazu im Video ist natürlich zur Aufklärung. Wir gehen ja ziemlich sicher davon aus, dass uns Borna Sosa verlassen wird. Also es ist ja aktuell durchaus ruhig, was die Personalie angeht, was die Gerüchteküche angeht. Aber wir können trotzdem, glaube ich, davon ausgehen, dass der Kollege nicht bleibt. Dafür ist er in dem Alter und auf der Position mit den Qualitäten schlicht zu attraktiv auf dem Transfermarkt. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht, wer Sosa ersetzen könnte, bzw. wer damals in den Gerüchten war. Also gerne mal abchecken. Wir wissen ja vom zumindest damaligen, ob es noch da ist, keine Ahnung, aber vom damaligen Interesse von Aston Villa, eben auch dieses Angebot im Winter, das ja Sosa abgelehnt hatte und gesagt hat, ey, wir machen erstmal Klassenerhalt und danach können wir darüber reden. Dann eben diese mündliche Absprache, die es scheinbar geben müssen hat, dass er für 25 Millionen gehen könnte diesen Sommer. Chelsea soll da am interessiertesten sein aktuell. Da muss ich aber auch noch was tun zuerst. Die haben ein paar Linksverteidiger schon am Start, unter anderem eben Marcos Alonso, der den Verein noch verlassen müsste dafür, dass dann eben nur noch Sosa und Chilwell da bleiben, die sie dann gegenseitig in den Konkurrenzkampf geben könnten für die Linksverteidigerposition im Team von Thomas Tuchel. Es gab auch ein Gerücht mit einem ordentlichen Angebot. 27 Millionen für Borna Sosa, das wäre ein sehr ordentlicher Preis gewesen, eben auch wenn man diese mündliche Absprache im Hinterkopf hat. Da hat aber zum Beispiel auch die Bild berichtet, dass an dem Angebot wohl eher nichts dran gewesen sein soll. Ersatz, beziehungsweise eher Verstärkung dann für die Rechts- und Linksverteidigerposition, kann er beides zocken, wäre Joscha Wagtumal vom HSV. Auch zu ihm habe ich schon ein Video hochgeladen, mit natürlich noch ein paar mehr Infos, wie ich jetzt euch geben werde in dem Video hier. Deswegen checkt das gerne ab. Damals, das ist noch ein paar Tage her, aber damals in Anführungszeichen, war die Personalie auch scheinbar noch oder vom Gefühl her noch ein bisschen heißer gehandelt als aktuell. Also gerade Missintat hat es bestätigt, das Interesse so, am Rande vom Trainingsauftrag am Montag. Das ist schon mal cool, aber eben hat auch die Probleme bestätigt. Also der VfB und der HSV seien noch in den Verhandlungen und eben auch in den Ideen, was man denn dann Ablöse-Modalitäten und so weiter haben möchte, noch sehr weit voneinander entfernt. Wir wollen wohl nur so 3,5, 4 Millionen plus Boni zahlen. Der HSV will irgendwie scheinbar weiter 7 Millionen haben. Dann gibt es auch diese wilde Idee, dass man irgendwie einen Leihspieler von uns quasi an den HSV gibt, in den Deal mit reingibt quasi. Im Raum stehen da wohl Klimovic, Fahir und Massimo. Ja, mal gucken. Also am ehesten denke ich mal, dass dann Massimo eine Zweitligaleihe was bringen würde. Allerdings geht halt Massimo ins letzte Vertragsjahr. Der hat noch Vertrag bis 2023. Das heißt, man müsste für eine Laie verlängern, um ihn überhaupt ausleihen zu können, müsste man verlängern. Klimovic und Fahir sehe ich irgendwie nicht so, dass denen die Zweitligaleihe groß viel bringt. Beide würde ich auch nicht so aus Juxendollerei dem quasi in ein Leihgeschäft da reinschmeißen, um den Wagner-Deal abzuschließen. Gerade Fahir, irgendwie echt ein wilder Call, fände ich irgendwie echt schade. Generell, aber auch sowieso, soll uns glaube ich allen bewusst sein, diese Spielertauschding oder Spieler mit einbindenden Deals. Das ist wirklich ziemlich selten tatsächlich. Also solche Deals sind oft eher Gedankenspiele als wirklich Realität. Eher so Karrieremodus-Gedanken in FIFA oder sowas. Mal sehen, wie es da läuft. Erstmal bin ich natürlich dabei. Wagner-Man wäre, wie gesagt, ich fände das cool. Aber ich wäre dabei, um das fortzuführen bei Missland-Tat. Wo ich auch sagen müsste, wenn die zu viel Kohle wollen, egal ob wir jetzt die Kohle hätten oder nicht, ob wir jetzt handeln müssten oder nicht, oder ob wir jetzt eben runterhandeln müssten oder nicht, noch besser formuliert. Zu viel Kohle brauchst du nicht auszugeben. Auch nicht auf der Position, auch nicht für Wagner-Mann. Das ist schon mal eine klare Geschichte. Denn, und jetzt strickt man hier das Ding rüber zum Titel, zieht man den Faden da durch. Wir hätten einen, der scheinbar, oder laut seiner Aussage, nie Nein sagen würde zum VfB Stuttgart. Das Zitat ist hier von Kai Wagner. Aktuell aus dem Interview bei SWR Sport. Auch ihn hatte ich ja drin. Hatten wir drin in der Gerüchteküche in dem Video zum Ersatz von Sosa. Zum möglichen Ersatz von Sosa. Auch Berlin interessiert dann den Kollegen. Deswegen, der spielt ja aktuell stark auf in den USA. Und hat scheinbar ja Bock als deutscher Legionär auf den VfB. Hat er scheinbar einen VfB-Herz, da hat er Aussage. Wie gesagt, er würde niemals Nein sagen zum VfB. Alles andere müssen wir ein bisschen Tatt machen lassen, bewerten lassen, ob er wirklich eine Option ist, eben für den Sosa-Ersatz, den möglichen Sosa-Ersatz. Viel mehr können wir selber ja nicht tun als Fans so. Was ihr tun könnt, ist erstmal ein Abo dalassen hier. Wer noch kein Abo da gelassen hat, gerne das Abo dalassen. Wir haben jetzt die 4.500.000 knackt. Vielen Dank dafür und sind eben jetzt damit auch so ein bisschen auf dem Weg zu den 5.000. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.